so shop update so jetzt kommen die neuen street fighter skins rein und ja richtig sind dran kamil und cool hier gut ja ich muss sagen die sind jetzt nichts also die sieht nicht aus ladebildschirm nach wo die gegen die aliens wer macht das die macht und dann noch schwitzhacken und hänge gleiter mensch wo bleibt denn akuma den sollen sie mal als skin reinbringen der sieht bestimmt geil aus den würd ich eher feiern als die okay die da drin so so Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020